Aber wir hatten immerhin ein nettes kleines Training. Tja, ist doch auch immerhin was. Wir hatten ein nettes kleines Training. Tja, wir hatten jetzt immerhin ein nettes kleines Training gehabt. Ist doch jetzt sogar besser als nichts gewesen. Tja, besser als nichts, besser als nichts erst mal. Hey, aber immerhin haben wir jetzt, sagt, neue Handschuhe und neue Schuhe. Ist doch, sag jetzt auch mal was. So, jetzt müssen wir bloß ein bisschen sehen, was wir jetzt, sag ich, hier am besten machen. Ist zwar jetzt auch nicht viel gewesen, aber wir verbessern uns Stück für Stück. Und darauf kommt es immerhin jetzt auch erstmal an. Jedenfalls war es auf jeden Fall besser gewesen, Buu auszutauschen mit dem Team. Bedeutet, sind wir jetzt immerhin ein bisschen weiter gekommen. So, den einen Buu haben wir schon mal erledigt. Jetzt kommt er, sagt er, Super Buu. Schlauer und gefährlicher. Dämonengott Demigra, dass andere die Geschichte verändern. Wir spüren, vielleicht ist Keeper der Zeitkammer. Sehen wir nach. Okay. Gehen wir sofort. Gehen wir sofort. Neue Handschuhe besorgt und neue Schuhe. Dagegen hat er keine Chance. M-M-M-Mommy! D-Darn it! D-Darn it! Ja, eine größere Veränderung der Geschichte kann es in der Schill nicht geben. Die, die Erde. Demi-Graw. Ich kann nicht glauben, dass er so starker Kraft hatte, obwohl er in der Krack der Zeit steckt hat. Naja, mit einer Zeitspalte verhält es sich sicherlich. Er sagt genauso wie mit dem, wie ist das jetzt noch, Raum von Zeit und Geist in Gottes Palast. Er hat genügend Zeit, seine Magie zu verstärken und zu verbessern. Das ist schlecht. Die Erde wird sicher zuerst getötet. Aber Goku hat die instante Transmission benutzt, um weg zu kommen. Also, Demi-Graw muss auch in der Lage sein, um zu gehen, um da zu gehen. Ich muss etwas machen. Aber bevor du etwas tun hast, Eine gesunde Portion Backpfeifen. Er braucht eine Portion Backpfeifen. Trunks. Mal im Ernst. Was machen wir denn jetzt hier die ganze Zeit? Frag mal Loki. Götter lügen auch. Ja, ich bin jetzt doch quasi auch der einzige Zeitsoldat, der auch wirklich hier arbeiten tut. Und ich habe immer noch nicht meine Gehaltserhöhung hier. Tja, besiege... Besiege Piccolo, besiege Demi-Graw. Tja, wen zuerst? Was ist passiert, Junge? Ich weiß nicht, wie Piccolo ist alles wunderschön und so. Sie wissen, dass dieser verrückte alten Mann mit ihm ist. Okay, dann müssen wir ihn einfach schlafen. Oh man, was Gottes Palast nicht, er sagt schon alles mitmachen muss. Oh man, was ist das? Okay. Okay, jetzt falle ich ihr Sack noch runter. What? Piccolo, come back to your senses, ma'am! Die! Piccolo, snap out of it! It's no use. It's no use. I can't. Supreme Kai of Time said they're really hard. I had to hit them really hard. Okay. Okay. Gut, Demikra, jetzt bist du dran. Piccolo, jetzt zau du auch ein. Wo ... Wo bin ich? Gut, Mission 1 ist geschafft. Du warst nur überrascht, nicht wahr? Oh nein, es ist schwer für Boo! Hör auf und füge sie! Piccolo, sich nicht überrascht! Leid den Rest zu uns! Lass es, Goten! Jetzt bloß in die Fusion vergeigen! Super! Da-da-da! Super! Such a day! Here I go! Super! 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 Stop! Die Harden! Achau! Das Lactic Donut! Okay, setz er sich... Ah, er setzt sich wieder zusammen. Ein bisschen Zeit hätte man mir jetzt noch geben können. Aber gut, ich lasse ihn nicht ankommen. Nächster Halt Song Gohan. Oh no, mein Fusion ran out. Was soll wir tun, Grunks? Ich weiß nicht, ich glaube, wir brauchen diesen weirdo, um uns zu retten. Warte, ich werde versuchen, ich habe genug. Ich weiß nicht, wer du bist, aber ich werde den Faden zurück. Ikkolo übernimmt, du! Ich weiß nicht, wer ist. Also die Musik gefällt mir jetzt dann wirklich extrem gut. Meine Super Saiyan-Verwandlung Der nächste sagt natürlich auch mal wieder On Point. Das Person ist großartig. Sie sind schade mit Boo. Wir kämpfen auch. Ja, aber... Was sind Sie? Nein, nein, nein! Das ist gut. Das ist gut. Das ist gut. Die Flanke sind starten, die haben wir im Gibsonido. Die Flanke sind in besiegel. Die Flanke ist damit leer und zetteträgerlich. Die Welt war die Masse und Blast-Vanage. Gohan! Gohan! Das ist super! Du warst nicht! Gohan! Du bist weg! Du bist wirklich... Gohan? Geheh, nicht sagen! Du kommst nicht allein! Na, dann mach mal hin, Gohan! Okay, wir bleiben, Herr Sack, noch in unserer Supersight in Form. Und schlagen, so gut es geht, er zurück. Wer macht dich bezahlen? Ja, ja, ja! Boo! Boo! He returned to his original form! This is all wrong! This is all wrong! What are you? Whatever you are, I will still defeat you. Gohan! Gohan! It's not over yet! It's not over yet! Was glaubst du sagen, was ich hier die ganze Zeit mache, Trance? Wir machen doch jetzt hier aktuell nichts anderes, als ständig unser Bestes zu geben! Gut, jetzt ist leider längstens mein Key langsam zuneigegangen! Gohan! Übernehmen sie! Das ist der Weg! Ja, nicht schlecht kann aber immer noch besser gehen! Was? Was? Was he trying to destroy Earth? Oh nein! Okay, an der Stelle der Geschichte war das eigentlich nicht so ganz verkehrt! Nur mit ein bisschen zu viel Kraft! Jetzt brauchen wir auf alle Fälle, die Gankidama! Das geht das, was ich gemacht! Was? Nichts! Ja, das war ja! Das war ja! Das war doch Master! Los hohen, den Fokker! Los hohen, den Fokker! Los hohen, den Fokker! History will be put back to normal! Swup! Oh, was ein Weirde! Gut, dann mache ich jetzt auch einmal wieder ernst! Super Saiyan, Phantom Goku! Die Verteidigung Kukus beginnt! Es ist ein Krieger, der gegen Majin Buu kämpft! Aber wir brauchen eure Hilfe! Alle, join the forces to defeat Majin Buu! Alle, bitte! Ich brauche euch, dass ich so viel von eurem Energie mit mir teilen kann! Okay! Hey! Wir werden viel mehr mehr wenn wir wollen! Ich weiß das! Problem ist, niemand hat mich gefreutet. Dammit Earthling! Hurry up und helfen! Warum? Warum nicht jeder hört? Weil du halt nicht Mr. Satan bist! What are you all waiting for? Come on, people! Hurry and help! You all going to refuse me? Purp you? I'm going to fight laws and food now! Hurry and lend me your power! Purp you? Well, it can't be helpful. This had to be said to be near trust. You can do it! You can do it! Almost there! Attack! Attack! Nein! Gut! Und jetzt mach ihn fertig! Goku! Das ist der Weg. Ja, nicht schlecht. Für die Zukunft! Nein! Das ist es! Hier ist der Weg! Geht esaugend! Geht, Geht die! Los geht's! Das ist gut! Ich brauche ein bisschen mehr Zeit. Es ist bereit. Danke. Es ist vorbei. Du hast lange genug. Du hast es wirklich gemacht? Die Menschen der Erde! Majin Bu! hat gerade sterben! Oh, Vater. Er war wirklich unglaublich. Nächste Mal werde ich gewinnen. Gut, guter Job, ihr zwei. Du hast auch gut gemacht. Was? Hm? Ich war niemals hier gewesen. Amazing! Du bist wirklich unglaublich! Du hast wirklich gewinnen, Majin Bu! Aber was ist das Schmerz ist, dass Demi Grah's ability zu kontrollieren Menschen so stark wie Bu. Supreme Kai of Time, who in the world is this Demigra? He's an evil sorcerer. I fought 75 million years ago. He called himself the Demon God and tried to take away Toki Toki and seize the nest of time to create a world where he could rule history. A guy like him controlling space and time? That's awful. What did you do? I imprisoned him in the crack of time, but it seems like since then he's been biting his time, gathering his strength. His power? For 75 million years? Hey, you just thought about my age now, didn't you? That I must be more than 75 million years old? Huh? N-no, I-I didn't... What does it matter how old I am anyway? I mean, people praise me all the time for looking way younger than I actually am. Um, of course. So, what should we do? Any thoughts? He's too dangerous. We can't let him get out. We need to thwart his evil plans and keep him from escaping from the crack of time. It's up to us. We can't let this Demon God do as he pleases. A little more... A little more... Tja, noch ein bisschen muss man sich gedulden, bis dann Demigra zum Vorschein kommt. Währenddessen werden wir jetzt, sag mal, nicht parallelquests machen. Wir werden jetzt erstmal... ...wieder mal einen Blick ins Gewerbegebiet wagen. Erstmal unsere Attribute ein bisschen weiter boosten. Unser Key kann jetzt, sagst du so, auch mal ein bisschen erhöht werden. Schaden tut es nicht. Man verliert halt auch als Super Saiyajin ziemlich viel Key und Energie. Da muss man natürlich ein bisschen mitarbeiten. So, 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 so. Fähigkeiten laden. Gibt's jetzt, sag nochmal, was ganz Neues? Die Superabsorption gibt es jetzt. Mhm, der Paraparatanz. Okay, ein Move, der Key auflädt. Schnellt Key schneller wieder her als Energieladung. Gut. Ah, sieh mal, den Super Saiyajin 2 gibt es jetzt, sag auch, zu kaufen. Aber auch jetzt viel zu teuer. 100.000 Zeni. Das dauert ja noch eine halbe Ewigkeit. Aber immerhin haben wir jetzt die volle Kraftattacke. Ein Move, der Key auflädt. Schnellt Key schneller wieder her als Energieladung. Gut. Ist ja wenigstens schon mal etwas besser. Gut, dann dürften wir jetzt, sag auch, an der Stelle auch nichts weiteres, wie es aussieht, kaufen. Naja, obwohl ein Katana wäre eigentlich auch nicht schlecht für die Optik. Aber das passt jetzt eigentlich nicht gerade sehr gut zum Anzug. Oder zum Mantel. Aber Objekte können wir, sag auch, noch gebrauchen. Vor allem, sag auch, ein paar Gruppenregenerationsenergien. Genau sowas brauchen wir natürlich. Naja, aber wenn wir jetzt schon mal dabei sind, können wir, sag auch, noch mal einen kurzen Blick auf die nächsten Missionen mal werfen. Oh, sieh mal einer an. Cell. Wäre natürlich jetzt auch noch ein besserer Lehrmeister. Ich muss doch mal anfangen. Ich wähle dich. Du wurdest ausgeräumt, um an einem Spiel teilzunehmen. Ich muss mich vorstellen. Cell, das perfekte und ultimative Wesen. Mir ist langweilig, dachte gerade an dein kleines Spiel. Ich coache unperfekte Wesen und finde heraus, wie gut ich sie mache. Soll ich dein Trainer sein? Jo. Ich werde testen, ob du es wert bist, von mir trainiert zu werden. Der Test ist einfach. Kämpf gegen mich und zeig deine Stärke, das alles. Es ist ein Spiel, als sollte ich ein tolles Geschenk für dich haben. Wenn du gewinnst, bringt dir eine Fähigkeit bei. Okay, also fangen wir an. Nicht unbedingt jetzt, weil er sagt, die ideale Fähigkeit, die ich von ihm haben würde, aber... Holen wir uns dann so auch mal wieder ein paar kleine Techniken hinzu. Jetzt dann, wir sehen, wie lang du fühlst. Also, wir sehen, wie lang du fühlst. So, from what I can tell, it seems that it might be worth my time to train. Of course, no training in the world is going to garner you the power that I possess. So, from what I can tell, it seems that I will be able to train you the power that I have. All right, this is almost all good for you. I test it if you're stronger. Okay, let's go. Tja, Cell in the perfect form is now also our master. Hmm, let's go. Hmm, let's go. Hmm, let's go. Let's go. Hmm, let's go. 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 erreichen. Das wäre dann eigentlich an der Schlau nicht so schlecht. Und damit sage ich jetzt erstmal, tschüss, bis nächstes Mal, bis dann und tschau.